Einen Tag bei Familie zu besuchen. Oh Mann, ich würde so gerne Urlaub, oder Jungs? Same, ich freue mich wieder beim nächsten Urlaub. Yes, er ist weg. Okay, sehr gut. Ich freue mich schon auf den Urlaub. Ich kann begüren auf Computer und Buch und Flug. Eine sehr gute Idee. Okay, scheiße, ich stehe gut. Gehen wir auf diese Airline-Seite. Okay. Dann buchen wir einen Flug nach Thailand. Ja, okay. Dann für fünf Personen in der First Class. Ja, unsere Eltern werden so arm werden. Dann auch noch drei Kinder und zwei Erwachsene, damit sie eine Schipan für uns kauft. Ja. Dann müssen wir ein Hotel buchen. Ja, hier kann man direkt ein Hotel buchen. Hier ist immer am teuersten. Deswegen, wir kaufen dann den Suite. Aber warum kaufen wir so teuer? Wollen wir nur Mama und Papa irgendwann machen, oder wollen wir Spaß haben? Spaß? Ich denke, wir wollen beides. Ja, okay, ja, 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 ja. Okay, gehe in diesem Hotel ins Frühzimmer für fünf Personen. Ja. Drei Kinder und zwei Erwachsene. Ja. Die größten Koffer buchen. Oh, ja. Und obwohl wir nicht mal so gute Koffer haben. Aber warum kein Privatjet? Oh, Mann, das ist eine sehr gute Idee. Komm, hier, hier auf diese Seite. Ja, Privatjet. Diese Seite, hier Privatjet. Oh, sehr teuer. Ja. Da. Egal, unsere Eltern haben genutztes Geld. Und dann für fünf Personen und dann blablabla nach Thailand und dann dieses Hotel wieder. Und dann müssen wir auch noch rückgeflogen. Wir sind da ungefähr für drei Wochen. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Und eine Woche fliegen wir dann los. Und jetzt müssen wir noch bezahlen. Oh, mein Gott, fünf Milliarden Dollar? Oh, schön. Fünf Milliarden. Schnell, 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 schnell. Das holz. Oh mein Gott. Nein nein nein. Oh fertig. Jetzt wirson, wechseln, wechseln. Was macht ihr da? Wir gucken nur Videos. Kannst mal gucken, was für Videos? Oh schnell, seid ihr Lahm? Kannst gucken, welcher Video? Ja, ja, natürlich. Hmm, warum? Nichts sind da Finger, die wir hüten? Ach egal, das sind funny Videos, das ist sehr gut, sehr gute Videos, ja ja, sehr gute Videos. Aber jetzt müsst ihr weg, Frau Kopierte, ich muss jetzt arbeiten. Familie, Essen ist fertig. Okay, okay, okay. Okay. Mh, lecker Spargel. Ja, ich liebe es. Bleh, sehr eklafft. Boah, ja, wirklich. Was habt ihr gesagt? Nix, nix. Nix, nix. Aber wir müssen etwas sagen. Ihr mögt wohl Urlaub? Ja, aber das ist ja nicht gratis, sonst hätten wir jeden Tag Urlaub gehabt. Ähm... Da haben wir Urlaub gebucht. Was? Was habt ihr gemacht? Eure scheiße Kinder. Es sind keine guten Wörter da, deswegen ist das zentiert. Jetzt geht's weiter. Die billigste, oder? Nur zur Info, es wird ein Luxus-Urlaub. Was? Wohl nicht mit unserem Geld, oder? Ich hab aufgerissen. Aber sag mir, ob das mit unserem Geld oder nicht ist. Ähm... Hast du jetzt nicht wirklich wie vor das Glas gebucht? Das ist so teuer. Das ist ein bisschen lecker. Nein, Mama, wir haben nicht die freie Strasse gebucht, nämlich wir haben eine Gewaltstatt gebucht. Was habt ihr getan? Was zum Teufel? Gah! Sag du mal, mein Mann. Necker Urlaub. Das ist doch nicht gratis. Du arbeitest ja zum Tag für einen scheiß Urlaub. Wie viel hat das kostet? Äh... Fünf Milliarden? Was zum Teufel? Wir meinen Millionen. Äh... Ja, Millionen. Trotzdem verrasten. Okay, Milliarden sind weniger, aber trotzdem... Was? Milliarden sind mehr? Nein, Milliarden sind mehr, aber trotzdem. Fünf Millionen? So viel hat nicht mal unser Haus gekostet? Und wir fliegen die nächste Woche? Was? Wie lange? Drei... Drei Monate... Nein, drei Wochen sind wir da. Was? Ich weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, ja. Du bekommst... Ihr habt unser Geld verschwendet. Wir hätten billige Flüge nehmen sollen. Nicht... PUM! Dafür bekommt ihr jeden Tag Nutella-Bruck. Jeden Tag Spa. Einfach pures Luxus. Keine Leute gutzeugt die Nerven. Und ihr sagt, das ist unser Schuld und staunt jetzt. Was ist denn das für eine Familie? Ich meine, wie... Verschwendung mit Geld. Einen Privatflug hätten wir wirklich nicht gebraucht. Aber wir fahren mit dem Flugzeug. Nein, was zum... Ich hasse dich. Sag du mal was, Pum! Ähm... Ja, ich war dabei mit dem Flugzeug. Was? Du? Du hast dich doch so gut verholfen. Du warst nur mal mein Liebling. Du hast mein Herz gebrochen. Ach so, der Älteste ist ein Gebrüder. Ich bin der Älteste, verdammt. Ich weiß, aber ich will nicht für alle Familien sein. Gebrauchen. Geht mir auf unser Zimmer. Ihr habt Hausarrest. Für eine Woche und darf liegen wir los. Ja, für eine Woche. Lol. Banken für das Essen. Spargel war sehr... Ich hoffe, dass ihr stirbt. Tschüss. Warte, was? Jetzt eine Woche in unser Zimmer zu essen und trinken und sein. Ich wünschte, dass wir hätten nicht für eine Woche gebucht, nämlich für einen Tag. So morgen. Dann hätten wir nur einen Tag Hausarrest. Das ist so langweilig hier. Ja, aber dann würde es noch teurer werden. Ja, das ist ja nicht unser Geld. Hallo. Oh. Oh Mann. Brot, bitte toll nicht, mein Würstchen. Kannst du mal die Klappe halten? Oh, was ist bei meiner Stürmerbarriere? Die bitte auch die Mutter. Möchten Sie bei dem Interview dabei sein? Möchten Sie bei der Klappe halten? Ja. Ja, ja, wir können da. Ja, ja, wir können. Ja, ja, ja. Wir haben keine Zeit, Mama. Aber ich will im Fernsehen sein. Jetzt bin ich mal die Erwachsene. Stimmt gar nicht. Halt die Fresse, Mama. Wer gibt hier drei, wenn ich meine fünf Millionen aus? Ähm, du? Nee, das war dir. Aber das ist dein Geld. Oh. Was? Mö-Mö-Mö-Mö. Mö-Mö. Mö-Mö. Wo ist der Bus? fährt doch noch mal wo ist die busseite stelle ich dachte da ist der kuppe allein Wir stehen schnell. Wir stehen schnell. Umdrehen, umdrehen! Renn! Oh nein, scheiße! Warum schreckst du mich verdammt nochmal? Jetzt sind wir alle wach, verdammt! Wie viel ist die Uhr, drei und nachts? Ja, meine Güte! Warum hast du uns erschreckt? Gleich nimmt dein Vater sein Dingsterbumster... Warte, wie heißt der denn? Oh, Gürtel! Gleich nimmt er sein Gürtel und schlagt dein Gesicht zu breit! Aber auf jeden Fall! Na, hör mal! Jetzt reichern! Schnauze, Schnauze in den dollen Bett! Woooaahhhhhhhhhh! Disconnect. Error. Du 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 Ah! Ahhhh! Ähhh! Äh! Äh, Epic Fail! Oh! Er dachte an Schuss. Was hast du gesagt? Er dachte an Schuss gerade. Hände, wo du gesagt hast, wie heißt das? Äh, was heißt das? Das Dingster-Bungster. Wir haben doch da nicht heiß.